Bismillah und Alhamdulillah. Die Widersprüche in der Bibel sind schon viele. Ein Widerspruch davon ist das Alter von Ahazia. Die Bibel erzählt uns im 2. König Kapitel 8 Vers 26, Ahazia war 22 Jahre alt, als er König wurde und er regierte ein Jahr lang in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Atalia. Sie war die Tochter Omris des Königs von Israel. Hier lesen wir ganz klar, dass Ahazia 22 Jahre alt war, als er König wurde. Aber wenn wir jetzt 2. König Kapitel 22 Vers 2 aufschlagen, lesen wir da was ganz anderes. Es war nach 42 Jahren, dass Ahazia König wurde. Es war nach 42 Jahren, dass Ahazia König wurde und er regierte ein Jahr lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Atalia, einer Tochter Omris. Einfache Mathematik. 22 ist absolut nicht gleich 42. Das ist hier ein klarer Widerspruch in der Bibel. Das bedeutet denn, dass die Bibel verfälscht wurde. Es gibt andere Übersetzungen in der Bibel, die das Alter von Ahazia in der Bibel geordnet haben. Das ist hier zum Beispiel die Einheitsübersetzung der Bibel. Sie haben die 22 Jahre alt in den beiden Texten ausgewählt. Sie haben die 42 Jahre weggenommen. Die Neue Weltübersetzung der Bibel von Zeugen Jehovas haben auch gleiche getan. Sie haben die 22 Jahre alt in den beiden Texten genommen. Das heißt, es gibt hier einige, die diesen Widerspruch einfach zugelassen. Und es gibt andere, die den Text geordnet haben. Dieser Widerspruch und das, was die einige Leute korrigiert haben, ist ein Beweis, dass die Bibel verfälscht ist. Das heißt, normalerweise sollte es in der Bibel keinen Widerspruch geben, weil Paulus im 2. Timotheus Kapitel 3 sagte, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wenn alle Schrift von Gott eingegeben wurden, dann sollte es gar keinen Widerspruch geben. Diese Tatsache, die Verfälschung der Bibel, ist ein Beweis für die Zuverlässigkeit des Korans. Warum? Weil der Koran vor 1400 Jahren, wo es damals keine arabische Bibelübersetzung gab, erzählte, dass die Bibel verfälscht ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Begehrt ihr den, dass sie euch glauben, wodurch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem er es begriffen hatte, wesentlich verfälscht hat. Der Koran, den Gott zu seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbarte, sagte vor vielen hundert Jahren, dass die Bibel verfälscht wurde, wo es damals in Mekka keine Möglichkeit gab, zu wissen, dass diese Schrift ungültig ist. Und bis zum nächsten Video. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahum wa bihamdik.